Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute geht es mal wieder um neue Excel-Funktionen. Und die neuen Funktionen in Excel 365 sind ja die X-Funktionen. Und diesmal geht es um Finanzfunktionen. Also, ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch mal relevant. Und das Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, ist folgendes. Wir haben hier Zahlungen, das sind diese hier. Und wir haben Zahlungszeitpunkte, das sind diese hier. Das heißt, dieser negative Wert am Anfang bedeutet, wir investieren. Das heißt, wir legen jetzt in dem Beispiel mal 10.000 Euro an. Ja, können auch US-Dollar sein oder was auch immer. Und zwar zu diesem Zeitpunkt. Und diese positiven Zahlen, das sind die Rückflüsse, die wir erhalten. Beispielsweise können das Zinsen sein oder was auch immer. Ist jetzt einfach mal ein Beispiel dafür. Das heißt, wir investieren am Anfang 10.000 Euro, bekommen dann hier knapp elf Tage später, zwölf Tage später, 400 Euro zurück. Dann 800, dann 300 zu den jeweiligen Zeitpunkten. Und dann am Ende ein bisschen mehr. Die Milchmädchenrechnung wäre jetzt natürlich, okay, wenn ich das aufsummiere hier, okay, dann bin ich bei 12.300. Und wenn ich das jetzt hier quasi mit den 10.000 verrechne, weiß ich, ich bin 2.300 im Plus. Also lohnt sich die Investition. Ja, also ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil es gibt in dieser Welt immer noch, man mag es kaum glauben, doch manchmal gibt es noch Zinsen. Und deswegen müssen wir diese Zahlungsströme, die wir hier haben, diese 400, 800 und so weiter, die müssen wir abdiskontieren. Weil 400 Euro in der Zukunft sind eben weniger als 400 Euro heute. Einfach deswegen, weil wir eben den heutigen Betrag anlegen könnten und dafür Zinsen bekommen. Also wären die 400 Euro in der Zukunft mehr wert. Wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, dass wir noch Zinsen haben. Na, gut. Jetzt, also, haben wir also hier die Zahlungen und jetzt hier die Datumswerte. Und jetzt möchte ich wissen, lohnt sich diese Investition bei einem, in dem Fall Zins von, sagen wir einfach mal 4% hier. Weil nur dann, wenn ich diese ganzen Zahlungsströme abdiskontiere mit diesen 4%, und in der Summe von den diskontierten Werten hier entsprechend ein Wert größer rauskommt als 10.000, dann wäre die Investition vorteilhaft. Wenn etwas Kleineres rauskommt, dann wäre die Investition entsprechend schlecht und wir würden sie nicht durchführen. Weil wir stattdessen die 10.000 hier zu 4% anlegen könnten. Das ist die Idee dahinter. So, und das Ganze funktioniert jetzt hier mit der neuen Funktion ist gleich x und dann gibt es hier einen Kapitalwert. Also hier gibt den Netto-Barwert, das heißt den Kapitalwert, einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück. Das Nicht-Periodische ist hier relevant, weil ihr seht ja, dass die Zahlungszeiträume, also diese Datumswerte hier, wirklich nicht zum Ende des Jahres zum Beispiel immer sind, sondern wirklich kreuz und quer. So, und jetzt geben wir hier einen Zins an. Der Zins sind die 4%. Dann die Werte, auch das ist relativ klar, das ist diese Zahlung. Wie gesagt, hier müssen wir immer nur darauf achten, dass wir die Auszahlungen immer positiv haben, also beziehungsweise die Auszahlungen an uns. Also sagen wir mal so, was wir bezahlen ist immer negativ, was wir anlegen in dem Beispiel und was wir zurückbekommen ist immer positiv. Das müssen wir halt hier beachten. Weil es kann ja auch sein, dass wir zum anderen Zeitpunkt nochmal einen negativen Fluss haben hier in der Zukunft. So, jetzt haben wir also hier die Werte und jetzt brauchen wir halt noch die Zeitpunkte. Können das auch direkt angeben hier. Wählen den Bereich aus, also relativ straight forward, möchte man so sagen, von der Funktion her. Schließen das Ganze, drücken die Eingabetaste und ich bekomme hier einen Wert von 1863. Also ihr seht, das ist weniger als diese 12.300 minus 10.000, was hier 2.300 wären. Aber die müssen natürlich abdiskontiert werden mit diesem Zins. Und dann sehen wir, dass wir hier immer noch mit einem Wert rauskommen, der deutlich über der Null ist. Und damit quasi ist diese Investition vorteilhaft. Also es würde sich lohnen, das Ganze zu tun, weil wir einen Zins bekommen, der größer ist als diese 4% aus dieser Investition. Das ist die Aussage daraus. Und wenn wir wissen wollen, wie hoch ist denn eigentlich der Zins? Entsprechend. Also da gibt es noch eine andere Formel und zwar ist gleich. Also, beziehungsweise, was für ein Zins wäre es genau, wenn wir... Also das ist x und neben x Kapitalwert gibt es auch x Zinsfuß. Hier gibt es also der interne Zinsfuß eine Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen. Also, ich melde den jetzt mal aus und jetzt sage ich, die Werte sind diese hier und die Zeitpunkte entsprechend sind diese hier. Und jetzt quasi schließe ich das Ganze hier, um den Zinsfuß zu berechnen. Also ihr seht auch hier, optional könnte man einen Schätzer angeben, habe ich jetzt nicht gemacht, muss man nämlich auch nicht, sondern man kann das ausführen und ihr seht dann hier entsprechend, da haben wir in dem Fall 25%. Also das hieße quasi, dass uns diese Investition, der interne Zinsfuß dieser Investition 25% ist. Das können wir auch leicht testen, weil, wenn ich das mal jetzt nehme, also einfach mal als Wert hier oben hinkopiere, also, müssen wir so machen dann eben, als Wert, ja, okay, als Wert, jetzt haben wir eben den Wert hier, also als Prozentwert, nochmal auch formatiert vielleicht, sind knapp 25, irgendwas Prozent. Und wenn wir den Prozentwert hier zugrunde liegen würden, dann können wir also sagen, okay, ich mach das mal, berechnen wir hier nochmal und zwar ist gleich der x Kapitalwert. und jetzt sagen wir, der Zins ist diesmal nicht 4%, sondern wir diskontieren mit einem sehr viel höheren Zinssatz ab, 26, fast 26, nehmen jetzt die Werte hier, diese, nehmen dann die Zahlungszeitpunkte, diese und schließen das Ganze dann und jetzt die Eingabetaste zum Bestätigen, dann bekommen wir, ihr seht, das ist 3,59 hoch minus 5, also das ist quasi 0, der Wert. Also, im Wesentlichen, wenn wir den Zinsfuß hier zugrunde legen, dann bekommen wir 0 raus. Das heißt, genau das ist der interne Zins für diese Investition. Also, für diesen kurzen Zeitraum, wenn wir eben 10.000 Euro anlegen und daraus 12.300 Euro zurückbekommen, haben wir quasi unser Geld intern mit knapp 26 Prozent verzinst. und wenn eben der Alternativ Zins 4% ist, also deutlich niedriger, dann entsprechend sehen wir, dass wir einen positiven Wert ausbekommen. Ja, das war es mal ein bisschen zur Einführung in die Finanzmathematik oder in diese Funktionen. Ihr seht ja, das ist wirklich relativ einfach, das zu bedienen, also, das ist Excel, macht das sehr, sehr einfach und sagt eben genau, was es braucht und kann dann das Ganze relativ einfach mit diesen Funktionen ausrechnen. Gut, das war es dann für das Video. Ich hoffe, das war interessant und ihr habt was Neues gelernt oder vielleicht was Bestehendes wiederholt, ist auch immer gut und ansonsten bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute!